Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 74 Ich zeige dir jetzt noch einmal genau, wie man sich richtig die Zähne putzt. Ich zeige dir jetzt noch einmal genau, wie man sich richtig die Zähne putzt. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude, ich kann dich aber nirgendwo sehen. Jetzt bin ich zu Hause, aber ich werde dich nicht mehr sehen. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Heute gibt es Putenfleisch mit grünen Erbsen und Kartoffeln. Heute gibt es Putenfleisch mit grünen Erbsen und Kartoffeln. Heute gibt es die Zähne mit grünen Erbsen und Kartoffeln. Der Käfig für den Tiger ist zu klein. Er hat nicht genug Platz. Der Käfig für den Tiger ist zu klein. Er hat nicht genug Platz. Der Käfig für den Tiger ist zu klein. Er hat nicht genug Platz. Wann machen wir den nächsten Ausflug zusammen? Wann machen wir den nächsten Ausflug zusammen? Wann machen wir den nächsten Ausflug zusammen? Ich schreibe meiner Freundin Julia, wo wir heute sind. Ich schreibe meiner Freundin Julia, wo wir heute sind. Ich schreibe meiner Freundin Julia, wo wir heute sind. Wir bieten unseren Besuchern Waldspaziergänge mit Eseln an. Wir bieten unseren Besuchern Waldspaziergänge mit Eseln an. Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Der Ring ist heute um 30 Prozent im Preis reduziert worden. Ich muss ihn sofort kaufen. Der Ring ist heute um 30 Prozent im Preis reduziert worden. Ich muss ihn sofort kaufen. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich habe keine Lust, länger zu warten. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich habe keine Lust, länger zu warten. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich habe keine Lust, länger zu warten. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich habe keine Lust, länger zu warten. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Wann zeigst du mir, wie man Gitarre spielt? Wann zeigst du mir, wie man Gitarre spielt? Ich bin stolz auf meinen Sohn. Er ist sehr gut in der Schule. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Er ist sehr gut in der Schule. Ich muss jeden Tag viele Pillen nehmen. Ich kann sie kaum unterscheiden. Ich muss jeden Tag viele Pillen nehmen. Ich kann sie kaum unterscheiden. Ich muss jeden Tag viele Pillen nehmen. Ich kann sie kaum unterscheiden. Ich muss viele Tableten nehmen. Ich kann sie kaum unterscheiden. Ich weiß nicht, ob dies der richtige Weg ist. Ich bin falsch abgebogen. Ich weiß nicht, ob dies der richtige Weg ist. Ich bin falsch abgebogen. Ich weiß nicht, ob dies der richtige Weg ist. Ich bin falsch abgebogen. Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Wir schauen uns das gemeinsam an. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Hallo liebe Freunde meines Kanals. Seit gestern gibt es an der Frankfurter Börse eine neue Aktie. Hallo liebe Freunde meines Kanals. Seit gestern gibt es an der Frankfurter Börse eine neue Aktie. Hallo liebe Freunde meines Kanals. Seit gestern gibt es an der Frankfurter Börse eine neue Aktie. Wir laufen bei jedem Wetter. Täglich legen wir wenigstens 10 Kilometer zurück. Wir laufen bei jedem Wetter. Täglich legen wir wenigstens 10 Kilometer zurück. Wir laufen bei jedem Wetter. Täglich legen wir wenigstens 10 Kilometer zurück. Wir laufen bei jedem Wetter. Täglich legen wir wenigstens 10 Kilometer zurück. Das sind meine beiden Kinder. In der Schule sind sie sehr fleißig. Das sind meine beiden Kinder. In der Schule sind sie sehr fleißig. Das sind meine beiden Kinder. In der Schule sind sie sehr fleißig. Mit dem Roller bin ich schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Roller bin ich schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Roller bin ich schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin gleich fertig. Ich lege nur noch die Handtücher in den Schrank. Ich bin gleich fertig. Ich lege nur noch die Handtücher in den Schrank. Ich bin gleich fertig. Ich lege nur noch die Handtücher in den Schrank. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich liebe es da machen. Reichen die Spaghetti für vier Personen? Reichen die Spaghetti für vier Personen? Reichen die Spaghetti für vier Personen? Das Eichhörnchen läuft Kopf über den Baum hinunter. Das Eichhörnchen läuft Kopf über den Baum hinunter. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Jetzt kommen einige Folgen aus den vorherigen Episoden. Die Spaghetti für vier Personen. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Verfolgst du mich? Lass mich in Ruhe. Verfolgst du mich? Lass mich in Ruhe. Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Nicht wichtig, welche Programm ich sehe. Es ist immer nützlich. Die Kunden verlangen immer mehr vegetarische Gerichte. Klienten verlangen immer mehr vegetarische Gerichte. Klienten verlangen immer mehr vegetarische Gerichte. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Du bist mit nichts zufrieden. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Du bist mit nichts zufrieden. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Du bist mit nichts zufrieden. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Wir hatten einen Rohrbruch. Jetzt kann ich mich endlich wieder waschen. Die Eltern haben abgestimmt. Das wird das neue Logo des Kindergartens. Die Eltern haben abgestimmt. Das wird das neue Logo des Kindergartens. Die Eltern haben abgestimmt. Das wird das neue Logo des Kindergartens. Ich habe diese Quelle in den Schweizer Alpen gefunden. Ich habe diese Quelle in den Schweizer Alpen gefunden. Ich habe diese Quelle in den Schweizer Alpen gefunden. Ich habe diese Quelle in den Schweizer Alpen gefunden. Ich habe diese Quelle in den Schweizer Alpen gefunden. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Rettungsring. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Däme mir die Pfote und ich gebe dir den Ball. Der Wald ist sehr trocken. Können wir hier trotzdem ein Feuer machen? Mein Vater kauft jeden Monat ein neues Computerspiel. 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 Ich habe nächsten Montag um 10 Uhr einen freien Termin. Ich habe nächsten Montag um 10 Uhr einen freien Termin. Wenn ich im Bett liege, werde ich sehr schnell müde. Wenn ich im Bett liege, werde ich sehr schnell müde. Wenn ich im Bett liege, werde ich sehr schnell müde. Wenn ich im Bett liege, werde ich sehr schnell müde. Du schaffst das. Es sieht schon sehr gut aus. Du schaffst das. Es sieht schon sehr gut aus. Du kannst es machen. Es sieht schon sehr gut aus. Im Sommer trinke ich gerne Orangensaft mit Eis. Im Sommer trinke ich gerne Orangensaft mit Eis. Im Sommer trinke ich gerne Orangensaft mit Eis. Es ist neblig im Wald. Das ist unheimlich. Es ist neblig im Wald. Das ist unheimlich. Es ist neblig im Wald. Das ist unheimlich. Uli si tu man. Zestraschno. Komm schnell. Wir wollen zusammen nach Hause fahren. Komm schnell. Wir wollen zusammen nach Hause fahren. Prichodte schvidko. My chocemo do domu razem. Als Kind hatte ich leicht abstehende Ohren. Als Kind hatte ich leicht abstehende Ohren. Als Kind hatte ich leicht abstehende Ohren. Udi tîns tvi o manebole zlechka strčeć wucha. Es ist Zeit zum Ernten. Der Mähdrescher ist im Weizenfeld. Es ist Zeit zum Ernten. Der Mähdrescher ist im Weizenfeld. Na stavčas zbirati v Rožaj. Kombaj na pšenicnomu poli. In diesem Gebäude müssen die Decken abgestützt werden. 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 Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ja, seriøsno. Ja hočču ščop ti vidrazo skasav meni de te buvo čora. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein aufbauen. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein aufbauen. Braucht dieses Auto Diesel oder Benzin? Ich kenne mich nicht so gut aus. Braucht dieses Auto Diesel oder Benzin? Ich kenne mich nicht so gut aus. Die Maschine potreben Diesel oder Benzin? Ne znaju. Die Schule macht ihn völlig fertig. Die Schule macht ihn völlig fertig. Die Schule macht ihn völlig fertig. Škola Jehov bevaje. Ich entspanne in der Badewanne bei meiner Lieblingsmusik. Ich entspanne in der Badewanne bei meiner Lieblingsmusik. Nach jedem erfolgreichen Geschäftsabschluss rauche ich eine Zigarre. Nach jedem erfolgreichen Geschäftsabschluss rauche ich eine Zigarre. Nach jedem erfolgreichen Geschäftsabschluss rauche ich eine Zigarre. Bis lekoznoje usbischnoje uhode ja vykuryu seharu. Ich habe Probleme. Niemand hilft mir. Ich habe Probleme. Niemand hilft mir. Ich habe Probleme. Niemand hilft mir. U mene Probleme. Menni nichto ne dopomagaje. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Ich helfe dir dabei. Schau mal. Es geht ganz einfach. Ich helfe dir dabei. Schau mal. Es geht ganz einfach. Ich helfe dir dabei. Schau mal. Es geht ganz einfach. Ich helfe dir dabei. Schau mal. Schau mal. Es geht ganz einfach. Der Hund steht vor der Sonne. Das Fleisch ist heute 10% teurer als gestern. Ich werde das nicht kaufen. Das Fleisch ist heute 10% teurer als heute. Ich habe das nicht kaufen. Im Spinnennetz sind Tau-Tropfen. Im Spinnennetz sind Tau-Tropfen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du mehr Videos für dich veröffentlichen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!